Das Pfandrecht ist nach dem Eigentum wahrscheinlich das Sachenrecht, mit dem Sie am häufigsten bei Klausuren zu tun bekommen. Ob das in Gestalt des Pfandrechts an beweglichen Sachen ist oder in Gestalt der Hypothek an Liegenschaften, ist dafür egal. Das Pfandrecht ist ein beschränktes dingliches Recht. Das heißt, anders als das Eigentum, das die dingliche Vollrechtsstellung verschafft, gibt das Pfandrecht dem Berechtigten nur einen bestimmten Ausschnitt der Herrschaft über eine Sache, gibt ihm nur eine bestimmte Berechtigung mit Blick auf die Sache, an der das Pfandrecht begründet wurde. Denn es handelt sich beim Pfandrecht um das Recht auf bevorzugte Befriedigung aus einer Sache. Das ist auf den ersten Blick gar nicht so leicht verständlich, denn wenn mir jemand Geld schuldet, dann stehen mir grundsätzlich alle seine Sachen zur Befriedigung offen, ich führe Klage und setze dann ein Urteil im Exekutionsverfahren durch. Ich kann auf Liegenschaften greifen, ich kann auf Forderungen greifen, ich kann auf bewegliche, körperliche Sachen greifen. Das heißt, grundsätzlich hat jeder Gegenstand, den eine Person in ihrem Eigentum hat oder für den eine Person rechtszuständig ist, auch die Funktion, den Gläubigern dieser Person zu haften. Das Pfandrecht hat jetzt die Idee, dass ich mir rechtsgeschäftlich einen Vorrang vor anderen einräume. Man kann sich das ganz einfach vorstellen, wenn man an die Situation der Knappheit denkt, an die Insolvenz. Es ist nicht genug da, um alle Gläubiger zu bezahlen. Die Grundidee unserer Insolvenzordnung und sämtlicher anderen modernen Insolvenzordnungen auch ist, dass es in einem solchen Fall zur Gläubiger-Gleichbehandlung kommt. Niemand soll bevorzugt werden, es gilt die par conditio creditorum. Alle Gläubiger partizipieren an der Masse, also an den Vermögenswerten des Schuldners und die werden quotenmäßig aufgeteilt. Das Pfandrecht verfolgt jetzt den Zweck, sich aus dieser par conditio creditorum auszunehmen, eben ein bevorzugtes Befriedigungsrecht zu haben, das heißt aus einer Sache als allererster voll befriedigt zu werden und sich nicht mit allen anderen anstellen zu müssen. Das wirkt schon auf den ersten Blick erklärungsbedürftig, denn wenn die Idee der Gläubiger-Gleichbehandlung einen solchen Gerechtigkeitsgehalt hat, dass sie nicht nur im österreichischen Insolvenzrecht, sondern in allen modernen Insolvenzrechten verwirklicht ist, warum soll es denn dann überhaupt möglich sein, dass bestimmte Gläubiger, nämlich solche, die sich ein Pfandrecht einräumen lassen, sich nicht an dieser Gläubiger-Gleichbehandlung beteiligen müssen? Warum sollen sie bevorzugt befriedigt werden? Es ist gar nicht so leicht, eine Rechtfertigung für dieses Vorzugsrecht zu finden. Es gibt verschiedene Versuche ökonomisch zu erklären, warum manche besser abschneiden sollen. Der Gedanke ist etwa, dass derjenige, der einen Kredit gewährt und ein Pfandrecht als Sicherheit bekommt, diesen Kredit wahrscheinlich zu niedrigeren Zinsen gewährt und damit im Ergebnis allen Gläubigern genützt wird. Diese Erklärungsmodelle immer in letzter Konsequenz schlüssig sind, darüber könnte man nachdenken, insbesondere wenn man an Gläubiger aus gesetzlichen Schuldverhältnissen denkt. Für die bleibt im Ergebnis einfach nur weniger über als für alle anderen. Aber das Pfandrecht ist schon seit dem römischen Recht ein klassisches Sachenrecht. Das heißt, die wertungsmäßige Berechtigung des Pfandrechts können wir nur Delege Ferenda rechtspolitisch hinterfragen. Delege Lata ist völlig klar, dass es ein solches bevorzugtes Befriedigungsrecht gibt. Allerdings, und da kommt die Rechtsordnung schon ein bisschen dem Gedanken entgegen, dass eine solche bevorzugte Befriedigung, ein solches Vordrängen vor die Schlange aller Gläubiger doch einer gewissen Rechtfertigung bedarf. Allerdings ist die Begründung so eines Pfandrechts nur unter besonderen, eigentlich erschwerten Voraussetzungen möglich. Sie erinnern sich an das, was Sie allgemein zu Sachenrechten gelernt haben. Sachenrechte werden erworben durch Titel und Modus und der jeweilige Vormann muss die nötige Berechtigung dafür gehabt haben. Die Paragrafe 380 und 442 gelten an sich generell. Auch das Pfandrecht wird durch Titel und Modus von einem dazu berechtigten Vormann erworben, jedenfalls wenn wir vom derivativen Pfandrechtserwerb sprechen, um den es mir jetzt hier geht. Aber beim Pfandrecht kommt zum Modus noch etwas dazu. Der Modus bei beweglichen körperlichen Sachen ist, wie Sie alle wissen, die Übergabe. Das heißt die körperliche Übergabe von Hand zu Hand, aber statt der körperlichen Übergabe von Hand zu Hand gibt es auch Übergabesurrogate. Etwa die Traditio Previ Manu, also die Übergabe kurzerhand, oder das Besitzkonstitut, bei der die Sache bei demjenigen, der sie eigentlich übergibt, bleibt. Beim Pfandrecht gelten besondere Regeln, denn Paragraf 451 normiert für das Pfandrecht ein Publizitätsprinzip. Das ist nicht das allgemeine sachenrechtliche Publizitätsprinzip, bei dem man sagt, dass durch den bloßen Besitz einer Sache ein gewisser Rechtsschein erzeugt wird, ein gewisses Indiz für die Zuordnung der Sache erzeugt wird, sondern das ist eine spezielle kreditsicherungsrechtliche Publizität. Paragraf 451 verlangt nämlich, dass zum Erwerb eines Pfandrechts an einer beweglichen körperlichen Sache diese Pfandsache vom Pfandbesteller dem Pfandgläubiger übergeben werden muss, und zwar körperlich übergeben werden muss. Die Idee ist das sogenannte Faustpfandprinzip. Das bedeutet, ein Übergabesurrogat, das Besitzkonstitut, bei dem die Sache beim Pfandbesteller verbleibt, ist unzulässig. Die Sache muss aus der Verfügungsbefugnis des Pfandbestellers weg. Der Gedanke dahinter ist ein ganz geschickter. Das Gesetz denkt sich, dass wenn die allgemeine sachenrechtliche Publizität besagt, dass die Innehabung einer Sache, der Besitz einer Sache ein gewisses Indiz für die materielle Berechtigung ist, dass also der Umstand, dass ich eine Uhr bei mir habe, dafür spricht, dass diese Uhr wahrscheinlich auch mir gehört, dann befürchtet das Gesetz, wenn ich einen Gegenstand, den ich bei mir habe, verpfände, damit einer anderen Person diese Haftungsfunktion des Gegenstandes bevorzugt zuweise, dann befürchtet das Gesetz, dass andere potenzielle Gläubiger der Rechtsverkehr getäuscht wird, wenn ich die Sache immer noch bei mir habe. Ganz konkret also, wenn ich meine Uhr verpfände, dann denkt sich das Gesetz, soll die Uhr nicht bei mir bleiben, sondern soll dem Gläubiger übergeben werden. Jetzt ist das Konzept, dass alles, was bei mir ist, wahrscheinlich auch mir gehört, ein Konzept, von dem wir heute wissen, dass es nicht so besonders stichhaltig ist. Wir kennen Leasingverträge, wir kennen Mietverträge, wir kennen Verwahrungsverträge, wir kennen Laieverträge, alles Situationen, in denen es gerade nicht stimmt, dass derjenige, der eine Sache bei sich hat, auch ihr Eigentümer ist. Dasselbe gilt natürlich für den Eigentumsvorbehalt und dasselbe gilt in allen Situationen der Übergabe des Eigentums durch Besitzkonstitut. Wenn wir also die Grundannahme vielleicht gar nicht teilen, wenn wir genau hinschauen, wenn wir die Grundannahme nicht teilen, dass das, was jemand bei sich hat, auch sein Eigentum ist oder wahrscheinlich sein Eigentum ist, dann stellt sich aber die Frage nach der Berechtigung der Publizität, dann stellt sich die Frage nach der Berechtigung des Faustpfandprinzips und eigentlich ist diese Berechtigung, wenn man etwas genauer hinschaut, doch gegeben. Was meine ich damit? Es geht nicht so sehr darum, dass ein flüchtiger Beobachter vorbeikommt und sich denkt, aha, diese Uhr habe ich bei mir und deshalb ist die Uhr auch mein Haftungsfonds und deshalb vertraut ein Dritter auf diesen Haftungsfonds, gewährt Kredit und wird dann in diesem Vertrauen enttäuscht, sondern das, was die kreditsicherungsrechtliche Publizität verhindern möchte, sind gezielte Täuschungsaktionen des Pfandbestellers. Stellen Sie sich vor, ich habe die Uhr gekauft, ich habe die Uhr tatsächlich in meinem Eigentum und jetzt verpfände ich sie der Bank für einen Kredit. Wenn ich die Uhr nicht übergeben müsste, ohne Faustpfandprinzip, hätte ich eine Sache in meinem Eigentum bei mir und ich könnte damit ganz leicht einen falschen Eindruck erwecken, ich könnte beliebigen Dritten die Rechnung der Uhr zeigen, ich könnte vielleicht den Zahlungsbeleg herzeigen und könnte damit klarstellen, ich bin Eigentümer, ich würde mir nur den letzten Teil der Geschichte, aber ich habe mein Eigentum verpfändet, weglassen. Und das ist schwer möglich, wenn ich die Sache nicht bei mir habe. Sie können es sich ganz einfach vorstellen, wenn ich Ihnen vorschwärme, was ich für eine tolle Uhr habe und Ihnen empfehle, mir deshalb Kredit zu gewähren. Wenn Sie glauben, naja, weil ich eine schöne Uhr habe, habe ich wahrscheinlich genug Geld, um die Forderung zurückzubezahlen, die Sie gegen mich haben, dann wird Ihr Vertrauen nicht besonders stark ausgeprägt sein, wenn ich nicht einmal in der Lage bin, Ihnen diese Uhr vorzuweisen, weil sie beim Gläubiger liegt. Das heißt, das Faustpfandprinzip hat eine ganz klare Stoßrichtung. Es geht nicht um den Schutz des Pfandbestellers, es geht genauso wenig um den Schutz des Pfandgläubigers, es geht darum, dass der Rechtsverkehr davor geschützt wird, auf einen falschen, nämlich zu hohen Haftungsfonds zu vertrauen. Einerseits mit Blick auf die allgemeine Publizität des Besitzes, andererseits auch mit Blick auf aktive Täuschungsversuche des Sicherheitenbestellers. Und wenn man das verstanden hat, wenn man verstanden hat, dass das Faustpfandprinzip verhindern will, dass der Pfandbesteller einen falschen Eindruck erweckt, dass er nach mehr ausschaut, als er eigentlich ist, dann ist auch völlig klar, dass das Faustpfandprinzip gar nicht wirklich bedeuten muss, dass die Uhr vom Pfandbesteller dem Pfandgläubiger übergeben werden muss. Es würde genügen, wenn die Uhr bei einem Dritten ist. Denken Sie an eine Übergabe durch Besitzanweisung. Sie darf nur nicht beim Pfandbesteller sein. Es muss nur die Gefahr gebannt sein, dass der Pfandbesteller nach außen nach mehr ausschaut und nach mehr Vermögen wirkt, als eigentlich vorhanden ist. Dieser Grundgedanke des Faustpfandprinzips ist allerdings, das muss man dazu sagen, wirtschaftlich überaus problematisch. Denken Sie vom praktisch vielleicht nicht so bedeutenden Beispiel meiner Uhr an ein Frachtunternehmen, das einen Lastwagen verpfänden möchte. Wenn auch hier das Faustpfandprinzip durchgehalten werden muss, und das muss es nach der Rechtsprechung, dann bedeutet Verpfändung des Lastwagens an die Bank Übergabe des Lastwagens an die Bank. Und wenn der Frachtunternehmer seinen Lastwagen der Bank gibt, dann stellt sich die Frage, womit er eigentlich noch Geld verdienen soll, um seinen Kredit zurückzubezahlen. Das ist ein ganz häufiger Kritikpunkt, der gegen das Faustpfandprinzip ins Treffen geführt wird. Und diesen Kritikpunkt kann man auch nicht entkräften. Es ist so, dass das Faustpfandprinzip wirtschaftlich unerwünschte Konsequenzen hat, dass der Gesetzgeber allerdings, und das ist die Legelata ganz unzweifelhaft so, diese unerwünschten Konsequenzen in Kauf nimmt, um die Gläubiger zu schützen. Der Gesetzgeber macht es also, stellen Sie sich so vor, etwas schwerer ein Pfandrecht zu bestellen, als er das bei anderen dinglichen Rechten tut. Und die Konsequenz liegt auf der Hand. Je schwerer es ist, ein Recht zu bestellen, je höher die Hürde es über dich drüber springen muss, desto öfter geht das daneben. Und die Praxis kennt viele Fälle, in denen Pfandbestellungen nicht funktionieren. Wenn eine Pfandbestellung nicht funktioniert oder den Vertragsparteien von Anfang an zu aufwendig ist, dann wird die Sache aber nicht zum wirksamen Pfandrecht, dann ist die Sache noch Haftungsfonds des Schuldners und dann profitiert die gesamte Insolvenzmasse davon. Das heißt, dadurch, dass wir die Pfandbestellung so schwer machen, sorgen wir gleichzeitig dafür, dass in der Insolvenz noch genug Vermögenswerte da sind, um wenigstens ein bisschen was an die Gläubiger zu verteilen. Wir haben also gesehen, dass der Gesetzgeber mit dem Faustpfandprinzip für bewegliche körperliche Sachen ein strenges Publikitätsprinzip vorsieht. Für Pfandrechte an Liegenschaften, also Hypotheken, muss es kein eigenes Publikitätsprinzip geben. Das allgemeine Publikitätsprinzip aus dem Grundbuchsrecht reicht auch hier. Der erwerbdingliche Recht an Liegenschaften setzt ja grundsätzlich die Einverleibung voraus. So ist das selbstverständlich auch bei Hypotheken und so sind Täuschungen des Rechtsverkehrs durch das Grundbuch ausgeschlossen. Schwieriger sind Fälle, wo, wie der Gesetzgeber in § 452 sagt, eine körperliche Übergabe von Hand zu Hand, also das Faustpfandprinzip, nicht möglich oder nicht tunlich ist. Ein Beispiel sind sehr große Maschinen, zum Beispiel Fertigungsstraßen, große Druckmaschinen und ein praktisch und auch in Prüfungen sehr häufiges Beispiel sind Warenlager. Es ist kaum vorstellbar, wie man ein Lager mit hunderten verschiedenen Typen von Schrauben oder Kleinteilen verwenden soll, indem man es körperlich übergibt. Es braucht eine andere Möglichkeit und immer dann, wenn eine Übergabe von Hand zu Hand nicht möglich oder nicht tunlich ist, dann lässt der Gesetzgeber ausnahmsweise auch eine Verpfändung durch Zeichen zu. Das sind typischerweise Pfandschilder, die auf der Maschine angebracht werden oder im Warenlager verpfändet an die X-Bank angebracht werden, wobei zu bedenken ist, dass der oberste Gerichtshof bei Warenlagern sich nicht mit den Schildern, also dem Zeichen selbst, begnügt, sondern zusätzlich noch verlangt, dass die Schlüssel zum Warenlager übergeben werden, so dass im Ergebnis eigentlich auch beim Warenlager eigentlich sogar körperlich der Zugang entzogen wird. Diese Verpfändung durch Zeichen ist immer ein bisschen störungsanfälliger als die Verpfändung durch körperliche Übergabe. Stellen Sie sich vor, dass der Pfandbesteller eine Maschine, die bei ihm steht, durch Anbringen eines Pfandzettels an Sie verpfändet. Was mit diesem Zettel passiert, ob dieser Zettel in der Hitze des Gefechts runterfällt, ob die Putzfrau diesen Zettel versehentlich abreißt, ob Angestellte ihres Pfandbestellers oder der Pfandbesteller selbst diesen Zettel absichtlich abnehmen, alles das entzieht sich ihrer zumindest laufenden Kontrolle und alle Beispiele, die ich gerade gebracht habe, sind keine pathologische Lehrbuchkriminalität, sondern sind Fälle, mit denen sich die Rechtsprechung schon zu beschäftigen hatte. Das heißt, die erleichterte Publizität, ich muss nicht körperlich übergeben, es reicht, wenn wir ein Pfandzeichen setzen, geht auch einher mit einer erhöhten Störungsanfälligkeit. Denn eines ist nach der aktuellen Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs klar, wenn die Publizität erlischt, dann erlischt auch das Pfandrecht. Das heißt, die Maschine, die durch Pfandzeichen verpfändet wurde an den Gläubiger, diese Maschine ist nicht mehr Pfand des Gläubigers in dem Moment, wo der Zettel nicht mehr auf der Maschine oben ist. Wenn er später wieder montiert wird, dann kann das Pfand neu begründet werden, aber solange das nicht der Fall ist, ist der Gläubiger ungesichert. Man sieht auch hier wieder den Gedanken, es geht um den Schutz des Rechtsverkehrs und es geht um die Möglichkeit, Vermögen in der Masse zu halten. Es soll nicht so einfach sein, sich dieses Vorrecht, dieses Recht auf bevorzugte Befriedigung zu verschaffen. Wenn wir verstanden haben, dass schon bei beweglichen körperlichen Sachen die Übergabe manchmal nicht möglich oder nicht tunlich ist, dann weist das auch den Weg für ein anderes, praktisch sehr, sehr bedeutendes Phänomen. Denn tatsächlich wird im Wirtschaftsleben gar nicht so oft eine bewegliche körperliche Sache verpfändet. Viel, viel häufiger werden als Kreditsicherungsmittel Forderungen eingesetzt. Und auch Forderungen sind, auch wenn der Gesetzgeber bei der Verpfändung an die Forderung wohl kaum gedacht hat, wie die Gesetzgebungsgeschichte zeigt, auch Forderungen sind Sachen, bei denen eine Übergabe von Hand zu Hand ja gar nicht möglich ist. Das heißt, wir müssen im Konzept des § 452 ABGB ein Zeichen dafür finden, wie man eine Forderung verpfänden kann. Allerdings beschäftigen wir uns damit nicht mehr in diesem Lecturecast. Die Forderung als Kreditsicherung ist ein eigenes Thema. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie diesen Lecturecast unter dem Titel der Sicherungszession und nicht der Verpfändung von Forderungen finden. Denn eines kann ich noch als Schlussbemerkung sagen. Es gibt nicht nur die Einräumung beschränkter Rechte, des Pfandrechts, sondern es gibt auch als Sicherungsmittel die Übertragung des Vollrechts durch Sicherungsübereignung oder Sicherungszession oder Sicherungsabtretung. Das ist dasselbe. Eine solche Sicherungsübertragung, Übertragung des Vollrechts zur Sicherung und nicht nur Übertragung einer speziellen Haftungsfunktion ist an sich etwas, was mit dem Pfandrecht technisch nichts zu tun hat. Wenn ich Ihnen meine Uhr verpfände, dann bin ich Eigentümer und Sie sind Pfandgläubiger. Wenn ich Ihnen meine Uhr zur Sicherung übereigne, dann bin ich nicht mehr Eigentümer und Sie werden es. Der Sinn dieser Konstruktion, die noch dazu im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch gar nicht vorkommt, der Sinn dieser Konstruktion erschließt sich einem nicht auf den ersten Blick. Verstehen muss man dazu, dass die Idee der Sicherungszession und der Sicherungsübereignung am Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt wurde. In der Hoffnung, die mühsamen pfandrechtlichen Publizitätsvorschriften umgehen zu können. Eine Hoffnung, die in Deutschland aufgrund einer etwas anderen Rechtslage auch erfolgreich war. Und eine Hoffnung, die in Österreich durch eine grundlegende Entscheidung des obersten Gerichtshofs beendet wurde. Für Sicherungsübereignung und Sicherungszession gelten ebenfalls die pfandrechtlichen Publizitätsbestimmungen.